das haben wir auch und jetzt noch der tee und der tee dann stellen wir das jetzt erstmal in die ecke rein dass das da rein gerade gepasst so passt das meine gerade so und der andere könnte da also mitnehmen produkte fünf mal den und fünf mal den ganz schnell sein dort so kaffee da können wir uns gleich und wird er mal einfach hier noch können ihn auch erst mal erst mal hier hinbacken so 6 euro 60 für kaffee brauchen wir noch ein regal kleines und eine lampe brauchen wir möbel ein kleines regal und eine lampe so da können wir jetzt den kaffee gleich reinknallen was passt 13 8 70 sie sehen der spurt der spurt auf jeden fall ja den würde ich denn gerne mit dem jetzt haben wollen wir das passt besser also jetzt erst nächste lizenz wenn wir das hier frei haben eine erweiterung wahrscheinlich beim nächsten mal wir machen jetzt natürlich noch einmal auf guck besteht jetzt noch mal hier bleich mittel am mal den bunds auf jeden fall auf einmal bleich mittel und einmal und einmal kartoffeln eine lieferung machen wir noch mal fertig bevor wir aufmachen dreimal saft einmal 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 pommes und salz passt ja salz mal auf teilweise hän als So. Molch. Die gute Molch. Zweimal. Ich finde das wirklich gut, dass der wieder zurück geht und nicht die Suche offen lässt. Makaroni. Okay. Das passt. Einmal Mehl von jedem ein. Zack, zack, zack. Und das hier einmal. So. Einmal der Egi, WB. Einmal der. Che. Theo, können wir auch einmal noch komplett durchbestellen. Wirk und danke nochmal, mein Besser. Jawoll, okay. Danke, Lörk. Danke, danke. Zack. Zweimal die Bies. Einmal das Wasser. Das hellere. Ein Fampou. Seife habe ich gesehen. Soda. 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 Jetzt haben wir hier 4er Paket, 8er Paket, 12er Paket. Was gibt es noch? 20er Paket? Hätte man jetzt, wie gesagt, auch so ein 12er Paket wettlassen können. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, finde ich. Darüber. Das passt, das passt. Kommt gleich, der auch. Den Kuchen da nochmal und dann haben wir es erstmal. Beziehungsweise noch ein Hühnchen. Hühnchen, Mann, Mann. Kartoffeln, ja, können wir nochmal 4 Kartoffeln bestellen. So. Und Action. Und Action. Mehl. Also der schon. Wasser. Ich mache es immer wieder, ne? Immer wieder. Den haben wir schon gerade. Machen wir mal die Großen erstmal hier. Sieht gut aus. Milch. Honig. Habe ich, äh, jetzt mal gekauft. Habe ich schon so oft gesagt, Honig vergessen. Immer Honig vergessen. Jetzt habe ich es. Shampoo. Mach das weg. Ey, wir gehen jetzt nochmal weg. Achso, da. Äh. Dureinander. Okay, er füllt das auf. Okay. Shampoo. Gib mir mal die Tapse, fülle ich nochmal auf. Lass. Tja, tja. Dureinander. Tja, tja. 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 zum nächsten bräuchten noch ein regal könnte man neuen mitarbeiter einstellen da man muss bedingen der lade ist noch nicht groß wir haben relativ viele mitarbeiter die natürlich auch immer geld kosten das kommt ja auch immer noch dazu und dieser war wohl ganz los dahin Hallo, lass mich das mal auffüllen, Geier! Den haben wir gerade gemacht, was ist denn mit dem Meter rum, ey? Kuchen... So, da... Mich ist das Spreit. So, da... So, da... 2 cm 3 cm 4 cm 4 cm 5 cm 5 cm noch mal das war voll das war auch voll zu war ja passt schon das passt was haben wir hier seife hatten wir gerade erst gemacht und das blaue mehl schön wäre es wirklich wenn irgendwann die vollen kartons nach hinten automatisch gelegt würden das wäre super dass wir spitzen mäßig sind die noch mal darüber mozarella wo wir noch so fast 55 haben wir knapp auf tasche noch mal den blauen ruhig weiter naja wenn ja mal lernen auch gut noch mal ein zweier karton siehst du das waren jetzt drei stück wo kaum was drin war so und da hatten wir auch noch was butter gucken wir mal da die die muss ich auch irgendwie mal auffüllen das gefühl salz da hätte ich mal beim pfeffer gleich gucken sollen ja toll was soll man hier noch joghurt sehe ich wo und Ey, du verarschst hier, oder? Wie sieht's hiermit aus? Den kriegen wir da rein? Kriegen wir den jetzt hier auch weg? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ist voll. Wie sieht's damit aus? Ah, sollte vorher mal erst mal gucken gehen. Okay, was haben wir hier noch? Achso. Schoko. Ey, schon wieder eins, das ist der dritte. Braunderzucker. Das passt, das passt. Ja, das passt. Ja auch. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich das Spiel ärgern will damit. Ja, sieht doch gut aus. Ja auch. Pommes noch mal. Bestellen wir aber nächstes Mal, ne? Ich warte jetzt, ob es die Arbeiter durch sind. haben wir 5,8. 16,5 brauchen wir für die Erweiterung. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. 16,5. Aber ich muss das nächstes Mal schaffen, sonst wird mir das hier alles ein bisschen zu boogie. Wie ist das eigentlich, wenn du denn das wegreißt? Jetzt kriegst du das Geld wieder für die Farbe? Oh, ne Sauerei, ne? Schauen wir mal. Aber hier könnten wir theoretisch auch noch zwei Regale dafür hinpacken. Aber so ist das ganz gut. Ich denke mal, hier vor den Scheiben kannst du immer sowas stellen, ne? So eine kleine Regale, wobei ich eigentlich erst wollte, dass ich mittig eine kleine Kühltröhne stelle. Aber wenn wir drei Kaffeesorten haben. Aber es kommt vielleicht nochmal welche dazu. Wenn nochmal eine dazukommt, dann kann man das machen. Dann kann man das einmal austauschen und in der Mitte sowas entsteht, ne? Na weg, Frühschicht, bis dann. Na, tschüss. Nara, schlaf gut. Ja, ihr Lieben bei YouTube. Ähm, die Lizenz gekauft, zwei neue Artikel aufgenommen im Programm in der Aufnahme. Nächstes Mal nehmen wir die ganzen anderen Bums auf. Das ist ja die ganze Soda, ne? Warte mal. Das ist ja eigentlich nur die ganze Soda jetzt, ne? Äh, Soda, 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 Soda. Ja, das wären 1, 2, 3, 4 Sodas. Natürlich dafür. Also müssten wir noch drei Fächer frei haben. Ähm. Ja. Müssten wir hier ein bisschen was weg, weil dann würde ich die Getränke gern nicht hier hin machen. So auf dieser Seite, auf dieser Ecke. So die Getränke, ne? Hier so die Getränke hin, in dieser Ecke dann. Bis zum Beispiel später in der hinteren Ecke. Und dann hier so ein Regal für Süßigkeiten, Chips und so, ne? Äh, das wäre nicht schlecht. Müsste man schauen, dass man das über die Ecke macht hier, dass die auch vielleicht irgendwie wegkommt. Dass wir die vielleicht dann hier hinstellen. Nee. Hm. Hm. Nee, da passt sie nicht hin. Schade. Passt sie hier zwischen. Da passt sie hin erstmal. Okay. Dann bleibt die da stehen und den können wir nächstes Mal hier für Soda machen, ne? Dass wir so diese einzelnen Kühlschränke auch erstmal wegkriegen. Dass wir den Doppelte holen. Das sieht dann schöner aus, einheitlicher aus. Dann kommt der Einzelne, den lassen wir nochmal. Aber die drei kommen weg und dann sortieren wir die neu ein. Müssen wir nur gucken mit den Mitarbeitern. Schauen wegen Pausieren auch, ne? Aber man hat hier keine. Okay. Sonst hast du hier keine Einstellungen, keine Belegung der Tasten, weil Tasten sind ja nicht belegt. Na gut. Ihr Lieben bei YouTube. Habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Aufnahme. Bis zur nächsten Folge morgen. Tschüss.